So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Snake Pass Level 4, gewaltiger Wall. Wir haben jetzt im ersten Level alle Münzen gesammelt plus alle Wassertropfen. Machen wir weiter mit dem Hauptspiel im gewaltigen Wall eben. Okay, Alter, ich finde es immer noch faszinierend, wie die Käfer einfach in die senkrechte, in die Höhe wegspringen. Voll geil. Okay, das ist ein Hindernislauf mit Wassertropfen. Ich wette, da oben ist eine Münze oder so. Nicht? Okay, das... Aha. Das haben doch leider keine Gegner, das Spiel. Also es ist wirklich reines... Ähm... Ja, Puzzle... Puzzle... Geschicklichkeitsspiel. Oh, oh. Okay. Okay, Moment. Schwanz heben. Auf welcher Seite bin ich auf der? So, einmal rüber. Nein! Nein! Ja! Schlange fällt. Okay. Oh, das mit den Münzen ist... Oh Gott. Oh. Das wird noch sehr lustig werden. So, okay. Hoch da. Vielleicht hole ich doch nicht alle Achievements. Also gerade ein Achievement ist, dass man in keinem Level stirbt. Ich weiß nicht, ob das pro Level einzeln abgespeichert wird. Oder ob man dann das ganze Spiel wirklich schaffen muss, ohne ein einziges Mal zu sterben am Stück. Also wenn es Letzteres ist, dann habe ich da echt gar keinen Bock drauf. Und... Ja, mal gucken. Vielleicht wird es auch einfach nur alles mal durchspielen. So gut wie es geht halt. Alles sammeln. Ja, das reicht dann auch. So. Aber ich bin stets bemüht natürlich alles zu holen. So. Rechte Maus. Genau. Nein. Nein. Oh! Hey, ich habe doch jetzt geglückt. Äh, geklickt. Geklickt. Geklickt, Schweinerei. Okay, es hat es in sich. Gerade die Stelle. Oh. Muss ich mich sofort anheben lassen? Nee. Also ich meine ja, es wird auch wunderbar klappen, ohne sich anheben zu lassen. So, hoch. Ich fliege. Aber ich schlage, ich kann echt fast fliegen. Alter, die krasse Muskeln. Dass sie so gut in der Luft halten kann. So. Jetzt die Frage, wie schlängel ich mich denn da? Also eigentlich müsste man ja so rumschlängeln, ne? Eigentlich müsste man ja genau so die ganze Zeit rumschlängeln. Aber, nein! Dann hält man sich nicht fest. Oh, scheiße. Oh, die Münze ist heftig. Die will ich aber schon holen. So, ja komm, schlängel dich durch. Auch hier könnte man wahrscheinlich wieder sehr gut einen Deathcounter einführen. Das heißt, mal ganz langsam probieren mit rechts. Das ist auch langweilig. So. Hier hast du drei Wassertropfen. Dann hier hoch. Wassertropfen Nummer vier. Und. So, wenn ich mich jetzt hier festhalte. Nein! 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 Och, nee! Oh, ist das scheiße! Okay, das ist bisher die... Oh, mieseste Münze. Und ich glaube, es wird noch mieser gehen. Okay, mach noch zwei Versuche. Und wenn es da nicht klappt, dann... Oh, screen. Okay. So, Wasser eins. Das ist ja easy. Zwei. Hier können wir eigentlich auch schon fast drüber. Scheiße, ich bin immer noch ein Discord. Ein drei. So, hoch, hoch, hoch. Und zumindest das Wasser da hinten brauche ich. Und wenn man das Wasser hat, dann kann man eigentlich auch die Münze holen. So, hoch, rüber. Genau, zack. Nein, warum hält er sich nicht fest? Scheiße. Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch. Ach, wir sind weit gekommen. Fünf Minuten und nichts geschafft. Oh, ich liebe solche Parts. Ich strecke natürlich mit Absicht, damit eine Folge auch wirklich immer einem Level entspricht. Ich muss irgendwie am Anfang schon einen Rechtsklick halten, oder? Ach, keine Ahnung. So, letzter Versuch. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich ein gutes Gefühl dabei. Das wird... Ich muss es mir nur einreden. So, nein, so wird es nicht. So, ach. Was mache ich denn da? Okay. So. Wie ist es denn? So. Komme ich hier unten überhaupt lang? Ja, ich kann mich so einmal rumwickeln. Okay. Nein. Oh Gott, wo habe ich mich denn hingeschmissen? Das war ja einmal festgehalten und dann komplett in die andere Richtung. Okay. Äh, wir lassen die Münze. Wir lassen die Münze da, wo sie ist. Wir nehmen nur den Wassertropfen. Wahrscheinlich kriegen wir niemand das mehr hin. Aber ich will die Münze. Ach komm, Ehrgeiz. Das kann nicht sein, dass ich so schlecht bin. Man lernt aus der Schwierigkeit. So, hoch da. Ich sag dem, äh, das Wasser, was, ich weiß gar nicht, Wasser, Essenz ist es, glaube ich, was ich da in den Entscheidungen gelesen habe. Die eine Münze, das kann doch echt nicht so, ich möchte mal was noch schnell ausprobieren. Und zwar, wenn man als Schlange einfach die ganze Zeit, ja, nein, nein, ja, nein, ja, so, so rum. Okay. So, wir sind fest. Dann ganz langsam zum Münze ran. Okay, wir haben es, nein, nein, nicht, nicht, nicht. Warum? Warum hat er da losgelassen? Okay, aber man, man könnte theoretisch als Schlange einfach drüber, also erstmal zum Hinweg, einfach geradeaus drüber. So, dann kann man sich da gut festhalten, den Oberkörper da nach vorne bringen und dann ist halt wieder die Sache nicht loslassen. Scheiße. Oh Mann, ich bin... Ich bin nicht so gut in Geschicklichkeit spielen, die spiele ich zu selten. Meistens reißt mir der Geduldswaden. Okay, aber der Ehrgeiz, der ist gerade da. So, Moment. Alles klar. So, einfach geradeaus drüber. So, und dann kann man sich hier... Nein, 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 nein. Was, was mache ich denn? Tasten. So viele Tasten. Nein. Ich will echt nicht mehr, aber ich will auch. Spring hoch. So, in die Senkrechte. Diese... Oh, diese Fliecher. So. Da hoch. So. Sprengel dich. Eins. Zwei. Drei. Also hier hat er echt gar kein Problem, der Schwerkraft zu trotzen. Warum da drüben nicht? Warum ist da drüben eine andere Situation? Klar, weil der Abgrund ist, wenn man da sterben kann. Das ist es. Tote Schlange, gute Schlange. Okay, den Wassertropfen holen wir einfach danach. So, ich habe Rechtsklick. So, Schlange und zurück. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. Ich weiß nicht. Oh, ist das... Hebe mal an. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das hat mich nur neun Minuten meines Lebens gekostet. Okay, was ist das? Die wollen hier Parkour. Wahrscheinlich ist da unten. Yep. Alles klar. Ein Viertel der Wassertropfen hatten wir schon mal. So, Parkour. Woo. Schlangenlinien. Da ist Schlüssel Nummer 1. So, äh. Ja, hilf mir mal mit meinem fetten Schwanz. Oh, danke schön. Man erkennt daran, dass ein Schwanz fett ist, wenn man ihn nicht mehr alleine heben kann. So. Entschuldigung. Äh. Das ist wieder so ne komische Statue. Okay. Bevor wir uns aber ins nächste gewagte Suizidabenteuer schmeißen, mach ich das nicht vor nem Checkpoint. Weil jetzt nochmal runterfallen und diese blöde erste Münze holen? Ne. Da kriegen die mich nicht dazu. So, okay. Jetzt gehen alle. Ach, Moment. Da unten war ein Checkpoint. Sollen wir da jetzt drüber? Ähm. Ich weiß nicht, ob wir drüber gegangen sind. Aber sicher ist sicher. So. Alles klar. Ein Schlüssel. Ein Viertel der Tropfen. Eine Münze. Hm. Ist noch nicht so rosig. Kann der mit... Ähm. Können wir nicht einfach abnehmen und Doodle trägt uns einfach den ganzen Weg rum? Doodle, machst du das? Ach, guck mal. Geschenkte Münze. Sehr geil. So, dann können wir noch hier hoch und da runter. Da oben ist eine Münze. Das sieht mir allerdings nicht so tödlich aus. Weil da immer ein normaler Boden noch ist. Da ist nochmal ein Checkpoint. Okay, Checkpoint. Check. Äh. Ja, gehen wir mal... Okay, bis dahin ist aber die... Oh Gott. Keine Ahnung, was passiert ist. Also, da wäre noch ein Wassertropfen. Da hinten auch. Gott. Holen wir erstmal den da. Jo. Nein. 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 Heb mein... Komm her. Danke. Lebensretter. Nein. Oh, was mach ich denn? So. Hab ich... Jetzt fest. Ja, nein. Oh Gott. Nimm mein... Oh, ne. Heb dich fest. Nudeln. Oh Gott. So, loslassen. So, jetzt hier einmal ganz langsam runter. So, man muss ja nur mit der Spitze berühren. Alles klar. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Äh. Wie komm ich hoch? Nein. Komm ich... Okay, ich hab mich grad einfach nur festgehalten. Rüber. Ja. Okay. Hat geklappt. So, dann jetzt der Wassertropfen da oben. Die zwei Wassertropfen da oben und die Münze. Das ist... Ja, safe. Da müssen wir nur den Rückweg packen. Scheiß die Wand an. So. Äh, fast. Fast, fast. Ich hab den Grip verloren. Ich komm nicht ran. Hä? Okay, ich halt mich mal so fest. So. Alles klar. Rüber. Ähm. Ja. Ja, nein. Oh Gott. Es ist schwer. Hä? Geh doch hoch. Halt dich fest. Drück doch rechts. Du dumme Schlange. Es ist halt... ...richtig, richtig dumm. Okay, ich glaub, wir können da so gar nicht lange an einem Stil hochgehen. Außer manchmal. Manchmal, manchmal geht's. So. Äh. Ja, dann halt so rum. Ist mir egal. So. Ja. Hoch, 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 hoch. Jetzt hier einmal kurz rüber. Nicht fallen. Okay, fallen. Die Hälfte der Tropfen. Ach, die Hälfte. So. Dann. Uäh. Hier hoch. Ja. Ja. Mach da mit. Das Gerüst, das sieht mir zu einfach. Oh Gott. Oh Gott. Ey, meine Nerven. Die liegen blank bei dem Game. Was ist los? Ich wollte doch nur so ein 3D-Sumble-Jump-Run spielen. Und dann kommt hier sowas. Und dat war wieder Kacke. Jo, dat wird ein langer Part. Ich merk schon. So. Ja. Komm, geh einmal hoch. Alles klar. Hier rüber. Ich drück übrigens die ganze Zeit nicht die rechte Taste. Falls jemand das fragt. Jetzt hab ich's gerade kurz gedrückt. Okay. So. Äh. Ja. Ja. Ich seh nix. Aber. Ja. Nein. Ja. Ich weiß nicht. Nee. Keine Ahnung. Moment. Nein. Nein. Schnapp den. Oh. Halt dich doch fest. Ich raff's nicht. Okay. Du trägst jetzt die ganze Zeit meinen Schwanz. Komm. Der, der stört. Vielleicht geht das dann schneller oder besser. Ich weiß es nicht. Oh. Meine Finger tun auch voll weh. So. Ja. Komm rüber. Okay. Lass kurz los. Und dann nimm den wieder. Jo. Nein. Ja. 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 Nein. 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 Ich hab den da verhört. Wie sind wir denn da, Mann? Wie ne scheiß Nudel. Komm, verknote ich. Ich weiß gar nicht, ob wir sterben, wenn wir verknotet werden. Ich will doch nur diese kacken Münzen. Warum sind denn die so schwer? Ich weiß gar nicht, ob ich hier effektiv hochkomme. Über ein Holzding. Keine Ahnung, wie ich hier effektiv hochkomme. Jo. Auch gezwirbelt. Ja. 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 Oh nein. Jetzt kommt noch der Rückweg. Okay. Fucking safe. Ich hab keine Ahnung, wie ich an den Wassertropfen nach unten kommen soll. Also. Erstmal ignorieren. Erstmal ignorieren. Der Wassertropfen ist es das ganze Leben nicht wert. Der schon. Die anderen nicht. Okay. 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 So. Wo war der Checkpoint? Da unten. Den aktivieren wir einfach nochmal. So. Safe. Oh Gott. Oh scheiße. Ey. Mein Herz macht das echt nie mehr lange mit. Das war gerade mal Level 4. Oh nein. Was tue ich mir da an? So. Hoch. Okay. Und jetzt einfach straight runterfallen. Nee. Keine Ahnung. So. Runter. Wenn ich jetzt festhalte oder so. So. Wenn ich jetzt festhalte. Und mich so verknote. Dann ist es eine Schlangenmissgeburt. Okay. Ja. Nein. Nein. Okay. Ach Dudel. Ach Dudel. Tu mal sowas mit. Scheiße. Ich will halt echt alles. Und besser. Wir quälen uns jetzt einfach hier. Durch. Und haben ein. ein mieses. Ein Demotivationsgefühl. Oh. Oh. Fick. Ken. Oh nee. Wir leben. Hä? Hier kann man hochklettern. Hier geht's hoch. Ja. Ja. Dudel. Du packst das. So. Warte. Wir heben deinen Schwanz an. Dann hast du weniger zu tragen. Oder so. Ich weiß es nicht. Dudel. Packst du das? Find the back. Nein. 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 Wir können noch leben. Wir haben den Wassertropfen. Nein. Moment. Trag. Wenn ich rechtsklick gedrückt habe. Nee. Muss schon beides sein. Oh. Fuck. Warum geht das hier denn hoch? So. Das ist Maximum. Ja. Okay. Vielleicht hier. Nee. Da geht's nicht hoch. Ah. Oh. Knallharte Schlange. Es gibt immerhin ein Achievement, wenn man stirbt. Äh. War natürlich alles beabsichtigt. Mhm. Wie scheiße. Wie lange sind wir denn eigentlich? Drei Meter? Einiges davon ist manchmal ziemlich hinderlich. Ich kriege kaum Schmerzen. So. Okay. Wie komme ich jetzt da am besten? Es ist auch so weit weg. Also mir kommt der Tropfen. Wenn ich jetzt schnell rüberkomme. Nimm den Schwanz. Du wachst das. Oh. Wir haben ihn. 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 Den Tropfen. Und dat ist doch verarsche. Ja. Ich nehme den scheiß Vogel mit. Ey. Das war auch richtig verarsche. Ich leide. Okay. Ich würde sagen. Ey. Ich mache den Part hier zu Ende. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansel Peter. Ciao.